Einen wundervollen guten Tag meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu FreeJS. Heute geht es weiter und zwar, ja seht ihr diese wunderschöne, glorreiche Art im Browser Dinge zu zeigen. Es ist einfach wunderwunderschön, aber eine wichtige Sache fehlt und das sehen wir hier gerade. Wir haben keine Schatten. Das ist absolut tragisch und sollte natürlich niemals vorkommen, eine 3D-Szene ohne Schatten ist. Wir leben ohne Lebensenergie, I don't know. So, ne, lasst uns aber Schatten reinbauen und das ist gar nicht so schwer, wie ihr uns das vorstellt. Das Problem mit Schatten ist, sie sind sehr, sehr teuer zu berechnen und deswegen sind die standardmäßig in FreeJS aus, weil es läuft halt immer noch im Browser, es hat halt nicht dieselbe Leistung wie ein normales 3D-Game und ihr solltet Schatten wirklich nur bei den Objekten anschalten, die sie auch wirklich brauchen. So, das bedeutet, wir wollen nicht zum Beispiel, dass diese Box Schatten empfängt, aber wir wollen, dass die Box Schatten wirft. Und gleichzeitig wollen wir nicht, dass dieses Monstrum hier, dieser Boden, Schatten wirft, sondern wir wollen nur, dass der Boden Schatten empfängt, okay. Und all diese Dinge müssen wir halt leider separat reinbauen. Das heißt, wir sparen quasi Schatten, wo immer wir sie nicht unbedingt brauchen. So, das machen wir folgendermaßen. Wir müssen erstmal den Schatten anschalten. Das machen wir da, wo wir quasi das Rendering machen. Das heißt, hier sagen wir unter dem, wobei, nee, eigentlich oben drüber, über dem Set Size machen wir hier einfach ein Renderer.ShadowMap.Enabled ist gleich True. Ja, und damit sagen wir, okay, Schatten werden irgendwie berechnet. Anschließend müssen wir dem Licht sagen, also unserer Punktlichtquelle in diesem Fall, müssen wir sagen, hey, bitte Punktlichtquelle, du bist jetzt auch in der Lage, Schatten zu werfen. Das heißt, wir sagen hier nicht mehr Return, sondern wir sagen, varLight ist gleich und dann sagen wir das. Und am Ende returnen wir ein Light, natürlich, aber in der Zwischenzeit müssen wir dem Light eben auch noch die Möglichkeit geben, Cast Shadows zu machen. Und zwar mit ist gleich True, Trutze, natürlich, ihr kennt das ja, Trutze, das neue True. Und anschließend müssen wir den ganzen, naja, der Box noch sagen, dass sie Schatten werfen soll. Ah, halt, stopp. Nicht Cast Shadows, Plural, sondern Cast Shadow, nur einer. Ja, ich dachte doch, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Und dann sagen wir hier natürlich noch der Box, ja, sie soll bitte auch schön brav die Schatten werfen. Das heißt, Mesh.CastShadow ist gleich True, das heißt, die wirft Schatten. Und dem Boden, also unserem Floor, der Floor hier, dem sagen wir, er soll Schatten empfangen. Das heißt, Mesh.ReceiveShadow ist gleich True. So, und ja, wenn wir das jetzt aktualisieren, dann sieht das folgendermaßen aus. Wir sehen hier, der Schatten ist da gewesen, ganz kurz, jetzt sehen wir gerade mal kurz nicht, wir müssen kurz warten, bis er fertig gedreht ist. So, und jetzt sehen wir hier hinten wunderschöne Schatten, die absolut furchtbares Hellyacing werfen. Wow, da wird einem richtig schlecht dabei. Aber wir sehen, dass es Schatten gibt, okay? Und ja, das war im Endeffekt das, was wir haben wollten. Wir haben Schatten bekommen. Hier sehen wir sie auch ganz leicht, aber eben immer nur ganz leicht. Gut, ja, das war es eigentlich auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, ihr müsst das wirklich bei jedem Objekt anmachen. Wenn, also quasi, Beleuchtung ist eine Sache, aber Schatten werfen auf andere Objekte ist nochmal eine völlig andere Geschichte. Ja, okay, das war es von meiner Seite. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.